Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der ARKM Insights. Heute dreht es sich um das Thema Autoresponder, wie Sie eine Abwesenheitsbenachrichtigung für Ihre E-Mail-Adresse einrichten können. Das geht bei ARKM ganz einfach. Einfach ARKM.cloud dort dann finden Sie die ganzen Funktionen unserer Cloud-Dienste, unter anderem natürlich auch die Einstellungen für Ihr Webhosting. Dann wählen Sie dort entsprechend das Webhosting aus und landen dann im Kundenmenü, nachdem Sie sich erfolgreich eingeloggt haben. Dort finden Sie dann alle möglichen Funktionen, wie zum Beispiel auch Ihre E-Mail-Adressen. Wenn Sie die Funktion E-Mail angeklickt haben, sehen Sie die Auflistung sämtlicher E-Mail-Adressen. Hier haben wir halt eben den Herrn Mustermann und dort kann man dann im Prinzip die verschiedenen Funktionen einstellen, wie die Weiterleitung, einen E-Mail, Alias oder halt eben auch das Thema automatische Antwort. Die aktiviert man halt eben ganz einfach mit diesem Button, kann dort sich auf die eingehende Mail beziehen. Sagt dann zum Beispiel mit dem Auswahlbutton nur Textformat oder HTML, wie man es entsprechend formatiert haben möchte. Tippt dann seinen Abwesenheitstext entsprechend ein. Hier zum Beispiel dann vielen Dank für Ihre Mail. Ich bin aktuell nicht im Office und so weiter. Man kann allerdings auch noch eine Weiterleitung dann darunter einrichten, weiterleiten an. Das kann zum Beispiel eine Urlaubsvertretung sein. Ich kann dann sagen zum Beispiel, wie oft wird dieser Autoresponder verschickt an denselben Absender. Ich kann noch Mail-Anhänge machen, kann dann aber auch begrenzen das ganze Thema hier zum Beispiel zum 8. Januar 2024 in diesem Fall. Und dann schaltet sich das um Mitternacht am 8. Januar 2024 der Autoresponder einfach ab. Und mehr war es nicht. Hier wird es nochmal bestätigt und schon ist diese Funktion eingeschaltet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017